Die Situation in der Stadt Lörrach, um die 40 Mieter, die ihre Wohnungen verlassen sollen und damit Flüchtlinge einziehen können, eskaliert immer weiter. Der Bürgermeister der Stadt Lörrach und auch der Geschäftsführer der Wohnbau Lörrach haben sich nun in einem Interview ausführlich geäußert und es sind dubiose Äußerungen getroffen worden, wie ich persönlich finde. Und weiterhin wurde auch die angesetzte Mieterversammlung abgesagt. Über diese Thematik sprechen wir heute. Wenn du neu bist, mein Name ist Olli, moin zusammen. Ich grüße euch alle, herzlich willkommen, gerne ein Abo dalassen, wir legen direkt los. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Das ist der Herr Jörg Lutz, das ist der Oberbürgermeister der Stadt Lörrach und ist im Juli 2022, also gerade letztes Jahr im Sommer, wiedergewählt worden. Und dazu schauen wir uns dann auch diesen Artikel hier in der Badischen Zeitung an. Wird mit 86,7 Prozent der Stimmen erneut zum Lörrach Oberbürgermeister gewählt. Also wirklich ein grandioses Wahlergebnis. Allerdings die Wahlbeteiligung, den Leuten scheint es nicht so relevant zu sein, wer dort regiert, bei nur 20,4 Prozent. Und dann sehen wir nämlich weiterhin noch hier die ganz genaue Auswertung dessen. 86,5 Prozent für den Bürgermeister sind aber unter dem Strich nur 6.257 Stimmen. Bei einer 20-prozentigen Wahlbeteiligung wirklich ein ganz, ganz trauriges Ergebnis persönlich, finde ich. Und hier ansonsten noch die anderen Kandidaten wirklich massiv weit abgeschlagen. Und interessant ist dann natürlich dazu auch, wie ist denn der Gemeinderat? Also die Leute, die auch mitreden, entscheiden und auch dem Bürgermeister natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und da sehen wir dann, sind die Grünen mit zehn Sitzen vertreten, die SPD und die Linke mit sieben Sitzen, die CDU mit sechs Sitzen. Das ist auch geil, dass die hier zusammen aufgeführt werden. Passender könnte es nicht sein, auch auf Bundesebene. Die Freien Wähler sind relativ stark. Dort unten in Lörrach mit fünf Sitzen und fraktionslos sind vier Sitze dabei. Und daneben gibt es auch noch in Lörrach den sogenannten Ältestenrat. Und da sehen wir auch wieder eine starke Vertretung der Grünen von zwei Kandidaten, von der CDU, von der SPD und von den Freien Wählern. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, wie wurde auch bei der letzten Landtagswahl gewählt. Und da sehen wir wirklich ein faszinierendes Ergebnis von 35 Prozent für die Grünen, 21 Prozent bei der CDU, AfD mit 7,9 Prozent, Hoffmann hier von der SPD bei 12 Prozent und 10 Prozent für die FDP. So viel zur Einordnung für euch, damit ihr so ein bisschen Gefühl habt, ja, was ist da unten eigentlich los? Im schönen Baden-Württemberg, wo so viele erfolgreiche Unternehmer und Unternehmer sitzen, warum gibt es da wirklich 35 Prozent für die Grünen? Ich habe es bis heute nicht verstanden. Schreibt rein, wenn ihr eine Vermutung habt. Dann schauen wir uns natürlich an, was wurde jetzt bei diesem Interview ganz genau geäußert. Einmal vom Bürgermeister und natürlich ebenfalls hier vom Geschäftsführer der Wohnbau Lörrach, dem Thomas Nostadt. Da finde ich es ganz interessant, was der Bürgermeister folgendes gesagt hat, nämlich hier. Lutz, so heißt er ja, zeigte sich erstaunt über das Interesse der Medien und der Öffentlichkeit. Ja, vielleicht hat er so die letzten Wochen, Monate und Jahre in Deutschland irgendwie nicht ganz mitbekommen, dass das jetzt überraschend ist oder erstaunt, kann ich nicht nachvollziehen. Denn das ist doch nur logisch, dass man sich darüber wundert, was da unten passiert. Aber egal, er sagt, Zitat, die 30 Wohnungen taugen nun wirklich nicht, den ganz großen Skandal herbeizureden. Und das ist an Dekadenz nicht zu übertreffen, diese Aussage meiner Meinung nach. Denn, überleg doch mal, wer sagt denn jetzt, bei 30 Wohnungen ist es nicht relevant und da ist das kein großer Skandal. Wenn es jetzt 50 Wohnungen sind, wenn es 100 Wohnungen sind, 500 Wohnungen, dann wäre es ein Skandal, bei 30 nicht. Das heißt, diese 30 betroffenen Wohnungen, respektive die 40 Menschen, die dort wohnen, die sind jetzt nicht relevant für einen Skandal? Das finde ich ganz unangenehm. Was ich persönlich noch weiter als massiven Skandal empfinde, ist nämlich, dass die anbedachte Sitzung für, ich glaube, der 27. Februar war es, abgesagt wird. Also die Bewohnerversammlung, wo die Bewohner darüber Informationen bekommen sollten, wie sie sich verhalten, wo sie sich daran wenden können, wo eine neue Wohnung dann zur Verfügung steht etc. Und dann heißt es nämlich hier, wegen der Debatten fällt eine für Montag angekündigte Bewohnerversammlung zunächst aus. Die Stimmung ist so aufgeheizt, sagte hier der Geschäftsführer von der Wohnbau Lörrach. Und er und Lutz beklagten, dass Mitarbeiter beschimpft und bedroht worden seien, Norbert Strach, von hunderten Hass-Mails. Und das ist absolut indiskutabel, sowas darf natürlich nicht sein, so etwas stattfindet. Das möchte ich an der Stelle hier nochmal wirklich klar unterbringen. Aber daran sieht man doch die Hilflosigkeit, die Verzweiflung von vielen Menschen, die einfach auch Angst haben, dass es bei ihnen in der Stadt ebenfalls passieren könnte, dass sie rausfliegen aus der Wohnung. Auch krass finde ich die Relativierung, die jetzt hier bezüglich dem Schreiben stattfindet. Er bedauerte, dass Inhalte des Wohnbauschreibens aus dem Zusammenhang gerissen worden seien. Und man würde es, das stand auch in einem anderen Artikel, dann auch beim nächsten Mal anders formulieren. Und das finde ich ganz interessant, weil ich wüsste jetzt nicht, was hier aus dem Zusammenhang gerissen sein soll. Also ich habe von einem Zusammenhang auseinandergerissen nichts mitbekommen oder ähnliches. Und wir sehen doch hier, ist es ganz klar, es geht um eine Vermieterversammlung oder Mieterversammlung, sorry, so rum. Und dementsprechend hier bereits in Kürze werden erste Wohnungen frei und Flüchtlinge einziehen. Gleichwohl bleibt genügend Zeit für diese Einzelnen, gute Lösungen zu finden und so weiter und so fort. Aber gerade in Verbindung damit, dass jetzt diese am Montag, 27. Februar eigentlich stattfindende Versammlung gar nicht stattfindet, ist doch logisch, dass man sich da nur Angst macht, oder? Auch noch interessant ist der Punkt hier unten, vier Abgeordnete der AfD-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag teilen mit, sie hätten Strafanzeige gegen die Geschäftsführung, also den Herrn Nostadt, der Wohnbaugesellschaft Lörrach gestellt. Grund ist der Verdacht der Nötigung zum Nachteil der betroffenen Mieter. Ich kann das juristisch nicht einschätzen, ob das realistisch ist, dass die damit Erfolg haben werden mit dieser Strafanzeige, ja oder nein. Aber werde, sobald es Neuigkeiten gibt, euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Denn wenn ich davon persönlich betroffen wäre und würde dort wohnen, sorry, aber wie soll dann damit umgegangen werden, wenn jetzt diese Veranstaltung noch nicht mehr stattfindet? Wisst ihr, das sind doch die Leute, die sagen, sie möchten da nicht ausziehen, sie würden dort gerne wohnen bleiben. Warum geht man nicht hin? Und das ist ja so eine grundlegende Frage, die auch in den Kommentaren aufkommt. Warum sollen denn die Geflüchteten dort rein in diese Wohnung? Und die Bewohner, die teilweise seit Jahrzehnten dort wohnen, ein Mieter ist 81, der wohnt seit 60 Jahren in dieser Wohnung, warum sollen die denn raus? Man könnte doch auch die anderen in eine andere Wohnung umquartieren. Wisst ihr, diese Frage stellt aber irgendwie keiner in der Öffentlichkeit. Dann ist außerdem die Aussage hier vom Bürgermeister interessant, ungeachtet der öffentlichen Kritik und so weiter. Die wollen an der Planung halt weiterhin festhalten und er sagt, Zitat, wir haben das mehrfach so gemacht und es waren alle zufrieden. Und ganz ehrlich, wenn das so ist, dann kann man ja den ein oder anderen bestimmt mal interviewen, lieber Herr Bürgermeister, der sich dazu äußern kann, wie das dann abgelaufen ist. Weil aus meiner Wahrnehmung sieht es nämlich aktuell nicht danach aus, dass das sehr gut ablaufen wird. Weil zahlreiche der Mieter sagen, nein, ich möchte nicht umziehen, ich kann es auch nicht aus gesundheitlichen Bedingungen. Und genauso hatte ich in meinem zweiten Video über das Thema darüber berichtet von einer Dame, die sagte, ne, sorry, aber mir wurde jetzt eine Wohnung angeboten, 15 Kilometer weiter weg von Lörrach und ich bin Altenpflegerin. Ich habe meine Probleme jetzt dort zum Job zu kommen. Das passt doch einfach nicht. Und dann hören wir uns einfach nochmal ein paar Stimmen der betroffenen Mieter an. So zum Beispiel heißt es nämlich hier, er zog demnach vor einem halben Jahr ins Erdgeschoss und sei wegen einer Krebserkrankung auf eine ebenerdige Wohnung angewiesen. Die Wohner sind deprimiert. Er mache sich Gedanken über den Umzug. Genauere Infos über die Ersatzwohnung hat er demnach noch nicht. Der Mann sagt, dass er nichts gegen Ausländer habe, aber irgendwo müsste geflüchtet und nicht kommen. Er fragt sich aber, warum gerade hier? Und überlegt euch doch mal diese Situation, das ist doch auch kurios. Vor einem halben Jahr ist der Mann dort eingezogen mit einem unbefristeten Mietvertrag. Warum hat die Stadt denn diesen Vertrag abgeschlossen? Nicht, wenn, ich will nicht behaupten, dass die wussten, dass da irgendwelche Leute demnächst einziehen, sondern, dass man doch gesagt hat, wie es jetzt in der Nachricht ja auch heißt, dass diese Gebäude sowieso bald abgerissen werden sollen. Also ich glaube diese Situation einfach nicht, wie sie hier geschildert wird. Und auch noch ein weiterer Betroffener, 81 Jahre, wohnt hier seit 15 Jahren in dem Komplex. Für einen Umzug sei er zu alt, sagt er, zudem macht er sich Sorgen um hohe Mieten angesichts der knappen Angebote. In Lörrach und besorgt zeigt sich auch ein weiterer Rentner, der ebenfalls mit 1000 Euro im Monat auskommen muss. Und der Zeitung, der Badischen Zeitung hier, sagt er nämlich, dass er sich nur schwer vorstellen könne, dass von den Vermietern angeschriebene individuelle Lösungen, wie es ja heißt, zu seinem Vorteil ausfallen wird. Die 78-Jährige hält demnach für unmöglich auszuziehen. Im Falle ist seit einem Schlaganfall vor sechs Jahren immer schwerer, sich im Alltag zurechtzufinden. Dieser Brief, das ist für mich eine vorgezogene Todesanzeige. Das war der erste, über den wir berichtet hatten. Und organisierter Protest der Mieter gegen die Kündigung gibt es ihm zufolge noch nicht. Aber einverstanden ist ihm zufolge kaum jemand in der Nachbarschaft. Und manche überlegen sich, einen Anwalt beizuziehen. Da bin ich gespannt, ob das der ein oder andere machen wird. Und Fazit und Ausblick. Ausblick, absolut schlecht. Das sage ich eigentlich bei jedem Mal. Mein Fazit zu dieser Situation. Wir sehen, dass mittlerweile hier eine Zweiklassengesellschaft entsteht. So habe ich das persönliche Gefühl. Aber ihr könnt eure Wahrnehmung gerne in die Kommentare reinschreiben. Weil anders kann man das doch gar nicht mehr schildern. Und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Werde das natürlich verfolgen. Bin gespannt, ob da anwaltlich auch was passieren wird. Weil rechtlich soll es wohl keine Kündigungsberechtigung oder ähnliches vorliegen. Da bin ich mal gespannt, ob man das mit dem öffentlichen Interesse wirklich argumentieren kann vor Gericht. Falls da jemand bis vor Gericht gehen sollte. Ich halte euch im Laufenden. Deswegen abonniert unbedingt diesen Kanal. Wenn ihr das nächste Video dazu nicht verpassen wollt. Daumen hoch. Glocke aktivieren. Bis zum nächsten. Und ciao.